hallo und herzlich willkommen liebe strategiefreunde bei endless space 2 im early access und was sehen wir hier eine große rote suppe die wir so ein bisschen aufzubrechen versuchen aber was hindert uns daran aufstände in ziemlich vielen kolonien 1 2 3 4 kolonien die meinen hey wie finde ich doof die randwelten hier sind ziemlich stabil sehen ist er hat sehen ist gesagt aber interessanterweise hier von denen wer war das noch mal das sind die so von so da genau die so von uns haben auch ein problem und vielleicht erleben dann aufstand bei einer anderen fraktion mal gucken wie das dann abläuft also was machen wir jetzt folgendermaßen die beiden systeme erobern wir noch von unserem erzfeinden und wenn wir die haben dann ziehen uns erstmal zurück und lassen das ganze wirken dann gucken wir mal dass wir stabilisiert kriegen punktemäßig sind wir eh nicht einzuholen also das heißt eh nicht aber wir haben wir haben score von 1337 das ist ziemlich lied und ja wir schauen mal was wir so machen können ich gehe mal kurz mit euch die statistiken durch wir sind überall erster wo es relevant ist wir ja hier sind noch zwar noch religiöse fanatisten im senat aber das hat sich erledigt weil die wissenschaftler die macht übernommen haben trading companies das läuft alles soweit gut hier können wir müssen geld investieren wir haben 27.000 das können wir ja mal machen aber hier mal fünf routen auf und steigern das ganze auf 111 prozent immer noch ein bisschen höher okay marketplace wir müssen im moment eigentlich nichts verkaufen wir haben genug kohle forschungsmäßig geht es auch voran da haben wir hier hero management ok press ja das vernachlässigung ein bisschen ich würde mal sagen wir gehen erst mal weiter hier wir versuchen jetzt in den systemen hier propaganda zu verüben gucken ob es hilft und irgendwo noch ein schiff rumfliegen oder was ach ja da ansonsten irgendwo gegner aufgetaucht nö das sind unsere schiffe haben wir hier noch nichts irgendwo ist produktion fertig ist was empty so wie viel verteidigung haben die 115 in der nächsten runde holen wir uns das system und danach die runde holen wir uns deren hauptwelt gucken wir mal was hier unten noch ist ich hoffe nichts rotes mehr weil dann haben wir hier alle roten verscheucht die so von uns lassen wir da was in unsere verbündeten das ist kein problem was möchte ich denn jetzt hier machen auch machen wir das mal die bunker einfach nur aus sicherheitsgründen hier gibt es auch im aufstand sehr schön die propaganda hilft nicht so viel aber ich glaube ich kann es mir jetzt holen dann holen uns das doch mal eben so das war easy wo ist denn hier da kann ich gar nicht mehr so viel bauen schade aber und handels posten hier unten wäre gut und dann gehen wir doch mal weiter 27 schiffe meine fresse ok in der nächsten runde wie gesagt dann holen uns das und hier ist was empty und wenn sich das auch in der nächsten runde nicht bessert dann müssen wir hier können wir das eigentlich noch wie heißt das eureka plan scheiße wir haben dieses gesetz nicht mehr ja dann haben wir natürlich ein problem bei so vielen die ich sag mal den aufstand proben und können wir denn da jetzt tun also ja ihr seid unhappy warum 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 seid ihr unhappy kann ich das irgendwie lösen dass ihr happy werdet ich habe nichts happy mäßiges mehr unbefriedigend sechs runden zeit haben wir hier noch hier auch überall irgendwie sechs runden vielleicht sollten wir dann die andere runde machen wir noch und dann gehen wir in frieden welchen friedens vertrag mit den roten wir haben anarchie warum okay ich hole mir die jetzt wir haben jetzt hier null oder ja null okay alles klar damit haben wir das auch erobert herr gott wie einfach letztendlich wir haben jetzt eine runde anarchie eine runde so hier ist wieder alles tuti über den das sieht auch gut aus hier auch das gute hier nicht bei denen ist auch wieder alles ruhig die sind fertig mit forschen apropos forschung können wir hier noch was neues mit denen machen gerade nicht okay das eine system noch dann aber hier die roten weg dann bleiben nur noch die das ist jetzt passiert so wir haben jetzt offiziell die regierungsform mit diktatur you are close to achieve victory okay wir sind kurz davor zu gewinnen population gained production ist durch forschung geht weiter was haben wir hier irgendwas mit special node space clouds title und political survey 87 prozent religiöse 13 prozent parzifisten so was haben wir denn jetzt hier jetzt haben wir wieder die religiösen am start okay das ist gut dann machen wir zeintes propaganda mal weg also hier nämlich religiösen support machen oder auch nichts weil hier war schon was ist das denn buddy lane einfluss okay wo sind wir hier im roten bereich okay dann muss ich hier mal auf religion gehen hier sind wir im grünen bereich da kann ich jetzt auch hier dieses buddy lane machen hier erforschen wir gerade nichts das ist das okay so das ist auch okay machen wir gerade forschung sonst können wir nichts bauen und hier religion so ich verschiebe die hier mal die truppen hier hin zur verteidigung meiner front was machen meine anderen kolonien die sind okay also ich werde jetzt hier keine truppen hinschicken weil ich nicht davon ausgeht dass die angegriffen werden warum auch totaler quatsch ich merke gerade die cravers die haben hier ein system und sonst irgendwie gar nicht also hier ist eins und vielleicht ja hier irgendwo okay mein ohr juckt moment besser schrecklich unter den kopfhörern so um uns das letzte system so oder bin ich glücklich nicht dass ich das wollte das möchte ich nochmal betonen ich wollte es nicht sondern ich muss das tun hier wurde gezwungen dann verschieben wir die auch hier oben hin und schiff das fertig geworden ist hier ist eins ja das teil ist cool hat sechs punkte kann ich ihn hier integrieren ja kann ich ja ich weiß nicht also diese ganzen aufstände was soll das liebe freunde was soll das ist seid doch mal glücklich mit dem was ihr habt wäre das eine option so ich würde gerne vielleicht noch ein bisschen was anderes warum kann ich jetzt hier nichts auswählen ich hoffe es ist nicht hängen geblieben ich hoffe es ist nicht das sind technologien die wir tauschen das brauchen wir nicht map sharing natürlich auch von eurer seite dann ich unterbreite das einfach mal haben sie es gemacht okay sie machen es das freut mich wir haben jetzt die komplette galaxie erforscht damit und dann sehen wir die cravers haben hier oben und die roten haben noch ganze eins zwei drei systeme also ansonsten die so von sehr stark die cravers die und den bereich hier oben die so von sind auch nicht aggressiv also die könnten uns auch noch überholen deswegen werde ich vielleicht doch mir die anderen roten systeme holen wenn wir schon mal im kriegszustand sind kann ich jetzt eigentlich dieses gesetz reinbringen mit happiness ah ja kann ich machen aber ich warte trotzdem noch ein zwei runden new population collection bonus was kriege ich denn jetzt ganz schön viele effekte hier das ist gut könnt ihr wieder gene splicen ich habe das noch nicht ganz verstanden das prinzip da muss ich mich noch mal näher beschäftigen hallo bewegt euch die fasse ich mal zusammen unfassbar stark jetzt die truppen hier ich glaube damit fliege ich hier hin dann hole ich mir die roten systeme einfach 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 so ich noch planeten kolonisieren hier ist nix auch nirgends um planet hier ist einer und hier ist auch einer faszinierend hier ist krieg naja nicht krieg aber die sofans eben auch anspruch auf das territorium die sofa hier sind alle drei vertreten krass hole ich mir pollux boing das ging schnell zack mitnimmst du vom territorium aber hey das kann ich ja dann gibt es glaube ich keine unabhängigen lassen mehr oder jetzt haben wir spontan keine also hier die scientists zu propagieren hilft nicht das hilft nicht ich gebe auch was vernünftiges hier bauen und dann gleich dieses gesetz auf den weg bringen alles leer da muss ich wieder viel tun und research ist auch leer was tun sprach das huhn movement bonus ok ok ich klicke das jetzt mal alles hier an wir müssen es ja eh machen und irgendwas mit happiness ist dann pacific conversion damit erobern wir dann zum beispiel wenn unser einflussbereich über diesen system hier rein dann können wir das hier uns ein verleiten ohne die sofans angreifen zu müssen auch praktisch wo ist denn hier mein schiff das würde ich gerne hier weg haben ah ja die sind ja alle leer alle leer body lane und nur drei runden was das hier well being okay ah ja die sind ja alle leer approvall ist gut sollte ich dann auch hier in den dingern bauen sofort kaufen genug kohle ist da wo ist noch ein aufstand hier ich hoffe das hilft ich hoffe es hilft ja es hilft new trading company imminent uprising und duel wie gesagt vorerst was jörg prozess erst mal akzeptieren wir und girls wo ist denn der planet ach da aber war das gut geht ja wieder zurück Komm, ich kaufe das jetzt hier überall. Gut, dann können wir uns das rote System doch nicht schnappen jetzt, dann holen wir das nach. Wobei, kann ich doch machen, denn als Diktator habe ich die Macht auch nicht im Krieg anzugreifen. Das ist ja jetzt stärker, Health, Manpower sind stärker. Ach so, im Truth kann ich gar nichts machen, okay. Das mit denen hier, peace mäßig, Map Sharing macht keinen Sinn mehr. Und die hier, peace, wie wäre es mit peace, mit den Cravers? Haben sie da Bock drauf? Nö. Irgendwie nicht. Wenn wir ein Trade Agreement noch dazu packen und ein Science Agreement einfach so und Map Sharing und Open Borders. Haben sie da Bock drauf? Hm, okay, also Frieden ist mit denen nicht zu machen, schade. Oh, eine Wahl, ich weiß auch schon wie die ausgehen wird, natürlich. Warum ist denn jetzt hier in dem System, ah okay, Wellbeing ist da noch nicht gebaut. Hier ist alles okay nun. Können wir Solar Expeditionen. Es läuft erschreckend gut gerade. Oh, hier haben die roten. Wieso gehen die hier hin? Also, seht ihr nicht diese Übermacht? Warum würde ich hier eine Kolonie haben wollen? Also, das erschließe ich mir nicht. Ja, dann fliegen wir mal da hin. Das macht null Sinn. Warum? Was machen die Sofans hier? Hm. Vielleicht muss ich doch mal ein paar Truppen dahin verlegen. in deren Raum. Hm. Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon gespielt? Ach, schon wieder fast eine halbe Stunde. Es tut mir leid, dass ich hier immer genanlos überziehe. Aber das ist dann letztendlich auch immer so spannend. Also, wir müssen auf jeden Fall unser Empire stabilisiert bekommen. Ich mache mal eben eine Runde weiter, dann sehen wir ja, wie welche Auswirkungen das jetzt hatte. Ich glaube, wir haben alle auf grün. Okay. Außer die jetzt hier unten. Das nervt. Das ändern wir jetzt. Ich gehe das mal eben kurz alles durch, damit ich nach dem Speicher nichts mehr machen muss. Ich weiß, faul und so. Es war mir echt wichtig, dass wir hier das in den Griff bekommen mit den Aufständen. Wie es endet, mussten wir ja leider schon einmal erfahren. Das dauert hier alles ziemlich lange. Ein bisschen mehr Production. Auch irgendwas, was Production steigert. Nö, doch, dass wir total viel Kohle ausgegeben, aber egal. Jetzt hier hat es auch keine Aufstände mehr. Na, hier jetzt. Pollux. Wir lösen. Zack. Okay. So, dann das noch eben abfrühstücken und dann geht es in die wohlverdiente Pause. Okay, das haben wir schon abgefrühstückt und Forschung auch. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Also meine Langzeitprognose ist, wir gewinnen die Kiste hier und ich möchte zumindest die beiden roten Systeme mir noch einverleiben und dann friedlich mit den Sofons koexistieren. Zumindest so lange, bis ich gewonnen habe. Die Cravers, da müssen wir mal schauen, ob wir die nicht weg machen. Aber von mir aus können das auch die Sofons machen. Ich gehe davon aus, dass wir dieses System hier bekommen werden, allein weil unser Einflussbereich jetzt das gleich auch umschließt. Warum die roten hier jetzt bauen? I don't know. Keine Ahnung. Aber ich muss mich, glaube ich, von den Gedanken verabschieden, dass wir wirklich einmal als Pazifisten spielen können, es nur um Verteidigung geht. Weil selbst wenn wir jetzt nur die Systeme, die ursprünglichen hätten, also sagen wir mal diesen Bereich hier oben und die roten hätten sich hier weiter in Anführungsstrichen fortgepflanzt und weitere Kolonien hier an den Start gebracht, dann irgendwann wäre der rote Einflussbereich stärker als unserer. Und das führt dann dazu letztendlich, wenn sie die Technologie haben, dass sie sich einfach uns ein verleiten. Und dann geht es nur über Gewalt. So blöd es klingen mag, aber es ist leider so. Wir schauen mal. Ich wünsche euch jedenfalls eine gute Nacht, einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.